Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Marktausblick. Diese Woche, muss ich fairerweise sagen, lag ich komplett falsch. Also so fair muss man wirklich sagen, die Inflationsdaten waren minimal geringer, dafür die Arbeitslosen-Daten absolut beschissen eigentlich und trotzdem hat es den Markt überhaupt nicht interessiert. Die Stocks sind komplett am eskalieren, der DXY komplett gefallen und der Euro am explodieren. Ob sich das möglicherweise jetzt diese Woche fortsetzt, das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Marktausblick anschauen. Natürlich auch nächste Woche so ein bisschen eine ruhigere Woche. Wir haben Erntedankfest, also Thanksgiving in den USA am Donnerstag, das heißt dort ist alles dann zu. Also es könnte eine sehr, sehr ruhige Woche werden. Freitag dann Black Friday, der in den USA natürlich nochmal ein bisschen mehr gehypt ist. Also bleibt auf jeden Fall dran, wir schauen uns das jetzt alles mal in Ruhe an, was nächste Woche möglicherweise für Setups anstehen und wie es möglicherweise weitergehen kann. Bevor wir hier durchstarten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen. Wenn ihr bekommt Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Außerdem gerne meine Partnerbörse BingX abchecken. Dort kriegt ihr immer, ja, das meiste, was ihr zum Traden braucht, kriegt ihr hier auf der Börse. Ihr kriegt Forex, ihr kriegt Stocks, ihr kriegt Krypto, also alles gibt es hier bei BingX. Also meldet euch gerne mit dem Link unten an und ihr kriegt glaube ich sogar noch 10% Rabatt auf die Gebühren. So, jetzt aber rein in die Analyse. Sollte heute ein relativ kurzes Video werden, also nicht so lang wie die letzten Wochen, weil es ist diese Woche wirklich viel, viel ruhiger geworden. Natürlich auch DXY hatten wir jetzt gerade schon in der Vorbesprechung. Wir hatten einen enormen Dump gesehen. Ich habe eigentlich letzte Woche erwartet, dass wir zumindest nochmal hier hoch in die 106er-Region kommen. So ist es nicht gekommen. Es kamen die Inflationsdaten und der Kurs ist komplett nach unten hin abgerauscht. Wir hatten hier vor einiger Zeit noch unser Rising Broadening Wedge, was nach oben hin weiter, sag ich mal, aufgefächert ist. Das hat jetzt im Endeffekt sein Ziel hier unten erreicht, hat die Ineffizienz hier fast gefüllt. Also ein bisschen Luft nach unten hin haben wir hier noch auf ungefähr 103,7. Aber ansonsten haben wir jeglichen Support erst einmal durchbrochen und befinden uns jetzt hier in der nächsten wichtigen Zone. Wenn wir uns jetzt mal hier das FIP-Level ziehen von unserem Tief bei, wie sagt es, bei 99,5 bis hoch bei 107 circa, sehen wir, okay, das 0,5er Fibonacci Retracement Level liegt hier bei 103,5. Das wäre jetzt auch für mich so der nächste Step, den ich mir auch eigentlich vorstellen könnte, dass wir hier wirklich nochmal runtergehen in diesem Preisbereich, die Liquidität holen. Gleichzeitig haben wir nämlich hier noch so eine schöne Daily Demand Zone, also eine schöne Daily Support Zone, die wir hier unten vorfinden. Das könnte zumindest mal vorerst dazu führen, dass wir hier einen vorläufigen Boden haben und zumindest mal eine Recovery hier oben in den Bereich der 105 US-Dollar reinkriegen. Das Golden Pocket glaube ich derzeit ehrlich gesagt nicht, dass wir das nochmal anlaufen, zumindest jetzt in dieser Woche nicht. Hat einfach damit zu tun, wenn ihr hier seht, in diesem Preisbereich, hier hatten wir sehr, sehr viel Price Action, immer wieder Support, Widerstände und sowas. Sollten wir da jetzt drunter fallen, wäre das auf jeden Fall kein gutes Zeichen für den DXY. Und da gehen wir auch direkt schon rüber zum Euro gegenüber dem US-Dollar, wenn ich es jetzt auf die Schnelle finde, wo haben wir es, wo haben wir es, wo haben wir es? Ja, man sollte sich manche Sachen einfach mal direkt da gegenüber. So, hier, Euro gegenüber US-Dollar hatten wir natürlich dann genau das gegenteilige Szenario. Wir sind komplett nach oben hingepumpt. Ich habe damit gerechnet, dass wir hier in dieser Widerstandszone bei 1,07 Euro erst einmal unseren, ja, unseren Widerstand finden. Ist nicht so gekommen, wir sind sogar noch höher gestiegen. Wir sind auf 1,09 Euro jetzt in der Spitze hochgegangen. Also, komplett eskaliert das ganze Ding, auch wenn hier wenig Volumen ist. Sollte es jetzt passieren, wie gesagt, dass der US-Dollar nochmal minimal runter korrigiert, ist es auch noch möglich, dass wir hier zumindest mal diese Hochs anlaufen beim Euro. Das heißt, die Chance so auf knapp 1,0946 Euro wäre nochmal eine Möglichkeit, dass wir hier hochgehen, aber dann ist für mich auch ehrlich gesagt erst einmal Schicht im Schacht. Dafür zwei interessante Level. Einerseits das Fib-Level von unserem High bis zu unserem Low einerseits ziehen. Da sehen wir, okay, wir sind schon am 0,05er angekommen. Das Golden Pocket wäre jetzt die Möglichkeit, das würde bedeuten, dass wir beim DXY so ungefähr ins 0,05er reingehen. Also, das ist so momentan mein Maximum. Und wenn wir jetzt hier das Fib-Level eben ziehen, von unserem jetzigen Tief bis zu unserem High, wäre dann eine Korrektur angesagt bis ungefähr oder mindestens 1,07 Euro. Also, dafür dann ein höheres Tief bilden und darauf dann im Endeffekt den Trend nach oben hin fortsetzen. Aber jetzt erst einmal abwarten. Für mich ist das hier oben eindeutig ein Short-Szenario, dass wir sagen können, okay, hier ungefähr bei 1,09 bis ungefähr 1,098 Euro wäre so eine Möglichkeit, um einen möglichen Short hier reinzugehen mit einer möglichen Erholung des Dollars. Man muss da aber auch vorsichtig sein. Montag bis Mittwoch würde ich diesen Trade dann möglicherweise eingehen, weil, wie gesagt, über Thanksgiving und dann einfach länger das Wochenende möchte ich ehrlich gesagt nicht diese Trades offen haben. Also, das ist so die Prämisse, die wir einfach nächste Woche eingehen müssen. Vom Risk her seht ihr es hier, circa zwischen 0,7 und ich sage jetzt mal 1% Risk, welches wir hier eingehen könnten. Das sind auch so die einzigen Setups, die ich mir für diese Woche im Bereich Forex erst einmal überlegt habe. Ansonsten, wie gesagt, News-technisch, wenn wir mal ganz kurz reingucken, seht ihr auch, es ist diese Woche einfach nichts los. Am Mittwoch kommen schon die Erstanträge und die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe, aber ansonsten ist hier nichts. Donnerstag, wie gesagt, Thanksgiving und ansonsten Freitag überhaupt nichts los. Also, eine sehr, sehr ruhige Woche, tut vielleicht auch mal ganz gut, nachdem die letzte Woche da doch etwas eskaliert ist. Und apropos eskaliert, gehen wir rüber zu den Stockmärkten und da sehen wir schon, es ist genau falsch gelaufen. Ich habe die Woche schon mal ein Krypto-Video gemacht, wo ich gesagt habe, ich lag falsch und ich muss auch sagen, hier, ich lag sowas von falsch. Wir haben darüber gesprochen letzte Woche, Golden Pocket ist so das Maximum mit dem Short. Der wurde da mittlerweile ausgestoppt, aber die Long-Position ist hier noch offen. Wir sind hier einfach komplett nach oben hindurch gebrettert. Wir werden dann mal gleich beim Nasdaq nochmal gucken, da ist es dann noch interessanter. Also, jeglicher Widerstand nach oben wurde hier erst einmal durchbrochen. Ihr seht es auch hier, die ganzen FIP-Level, alles irrelevant. Der Move mit deutlich weniger Volumen auf Daily-Sicht gefällt mir eigentlich nicht mehr so gut. Wir haben die Hochs hier oben abgegriffen. Minimal könnten wir hier nochmal in den Bereich der 35.100 US-Dollar gehen. Ich würde aber auch ehrlicherweise diese Woche hier nicht mehr reinschorten. Es hat einfach damit zu tun, wir haben nur Montag bis Mittwoch als richtige Handelstage. Wir haben Thanksgiving, es sollte etwas ruhiger diese Woche zugehen, aufgrund dessen, dass wir keine News haben. Wenn, dann rechne ich hier eher mit einer Korrektur. Die Frage ist, sollten wir hier einfach nochmal einen Short probieren? Das Risiko ist sehr, sehr hoch. Wie gesagt, wir haben das FIP-Level ja hier gezogen. Wenn wir uns das mal angucken, wir sind durchs Golden Pocket gefallen. Wir sind jetzt hier genau am 0,786er. Das Einzige, was noch Möglichkeit wäre, dass wir eben hier dieses Hoch noch bei 35.120 Punkten uns nochmal holen. Das wäre der Einzige Punkt, wo ich nochmal sagen würde, okay, hier können wir möglicherweise so einen kleinen Short probieren. Irgendwo in der Art mit 1% Risk. Das heißt, ein Stop-Loss hier ungefähr bei 35.500 Punkten wäre das Einzige. Wir haben die Liquidität dann drüber geholt. Wir haben auch interessanterweise auf Daily sich kein höheres Hoch erreicht. Also hier, dieser Bereich wurde jetzt erst einmal als Widerstand anerkannt. Schauen wir mal, wie der Montag noch läuft, Volumen rückläufig. Und für mich spricht hier, und da ändert auch die letzte Woche nichts, dass die Märkte einfach komplett überhitzt sind und es nichts mit einer normalen bullischen Struktur momentan zu tun hat. Hier werden einfach die ganzen Shorts liquidiert. Das lässt sich einfach so momentan mehr Geld verdienen. So kommt mir das einfach rüber. Also auch hier überlege ich eher, Short für die kommende Woche zu sein. Gehen wir rüber zum Nasdaq. Und hier, ja, was gibt es hier noch viel zu sagen? Wir haben hier fast, oder begeben uns hier langsam in ein All-Time-High-Niveau. All-Time-High liegt bei 16.775 und wir sind hier in der Spitze auf 15.900 Punkte gestiegen. Also auch hier, falscher als falsch kann man nicht liegen, so wie ich letzte Woche. Passiert auch mal, muss man auch, wie gesagt, dazu stehen. Aber ich habe hier eindeutig mit einer Korrektur nach unten hingerechnet ins Golden Pocket. Es kam so nicht. Ich bleibe trotzdem dabei, dass diese Korrektur meiner Meinung nach absolut sinnvoll wäre. Zumindest mal, um ein höheres Tief zu bilden. Und wir sehen jetzt auch, wenn wir das FIP-Level hier mal verschieben, jetzt zu unserem jetzigen höheren Hoch bei 15.900 Punkten, wir haben einerseits hier noch minimal Liquidität drüber bei 15.934, haben wir uns nicht geholt. Das würde auch zum Dow Jones passen, dass wir uns noch mal ein bisschen höher die Liquidität holen. Und wenn wir uns jetzt hier das FIP-Level eben zählen, sehen wir auch. Wir haben hier unten noch ein schönes Gap. Wir haben das Golden Pocket. Das würde perfekt hier zu einem höheren Tief bei 14.800 Punkten passen. Und von hier aus können wir dann möglicherweise eine Rallye weiter nach oben fortsetzen. Ich rechne damit, dass diese Rallye sich dann, sollte hier wirklich dieses höhere Tief dann zustande kommen, einfach komplett fortsetzen und wir hier dann auch wirklich nächstes Jahr ein neues All-Time-High sehen zwischen 18.000 und 20.000 Punkten. Die wirtschaftliche Lage, sei mal komplett drauf geschissen. Wir hören seit einem Jahr, die Wirtschaftskrise kommt, das und das und das kommt. Es kommt einfach nichts momentan. Jeder, der hier in den Monaten hier nicht akkumuliert hat, wartet immer noch auf den Crash, der wahrscheinlich irgendwann kommen wird, wenn keiner damit rechnet. Weil so ist es meistens. Und ja, deswegen einfach dem Trend folgen und scheiß auf die ganzen Wirtschaftsdaten momentan. Es juckt sowieso, ehrlich gesagt, überhaupt kein. Short-technisch würde ich hier aber ehrlich gesagt weiter nochmal die Finger lassen. Da gefällt mir das Dow Jones-Setup ein bisschen besser. Ansonsten hier 1,7% Risk-Stop-Loss. 16.200 Punkte ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel. Und wir haben hier drüben noch so eine kleine Ineffizienz. Das muss man auch noch dazu sagen. Also da muss der Stop-Loss sogar noch ein bisschen höher. Das heißt, technisch gesehen würde ich hier einfach nicht diesen Short eingehen. Ich warte hier wirklich darauf, dass wir hier nochmal diese Korrektur sehen. In dem Bereich zwischen 14.800 und ungefähr 14.600 Punkte. Von hier aus dann auf jeden Fall nochmal die Long verdoppeln, beziehungsweise eine neue Long-Position aufmachen. Gehen wir rüber zum S&P 500. Gleiches Spiel auch hier komplett falsch gelegen. Wir hatten einen enormen Pump nach oben. Es ist unglaublich. Riesiges Gap nach oben hin. Wir haben ein höheres hochgebildet. Auch das hier. Die ganzen FIP-Level sind irrelevant. Also ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Wichtig ist jetzt erst einmal, wie reagieren wir hier an dieser Stelle. Auf Daily-Sicht haben wir dieses hoch rausgenommen. Wichtiger wäre aber sogar hier oben dieser Price-Action-Bereich, wo wir auch nochmal so eine kleine Supply haben. Auf Daily-Sicht plus dieses kleine Gap, was hier auch noch darüber liegt. Also wir kommen jetzt hier in massiven Widerstand. Es würde mich nicht wundern, wenn wir jetzt eben hier auch diese Woche eine kleine Korrektur sehen. Wo könnte uns diese Korrektur hinführen? Auch hier ziehen wir uns das FIP-Level von unserem Tief zu unserem Hoch. Auch hier muss man natürlich dann erst gucken. Montag sollten wir nochmal leichten Anstieg sehen. Hier möglicherweise sogar bis 4577 Punkte. Dann müssen wir das FIP nochmal anpassen. Derzeit passt es eigentlich perfekt, dass wir auch hier unser Golden Pocket genau in diesem Gap haben. Genauso wie beim Nasdaq. Also auch hier gehe ich erst einmal in Richtung zumindest 4.311 bis ca. 4.255 Punkte aus, höheres Tief bilden. Und dann gib eben Richtung, möglicherweise dann nächstes Jahr auch hier, neues All-Time-High. Das ist momentan einfach der Weg. Wie gesagt, scheiß auf Wirtschaftsstaaten etc. pp. Juckt den Kurs ehrlich gesagt wenig. Aber auch hier, gleiches Spiel würde ich derzeit nicht irgendwie in den Short reingehen. Risiko wäre hier bei ungefähr 2% ist mir für die Aktienmärkte derzeit ein bisschen zu viel. Auch wenn der RSI im Anschlag ist, Volumen zurückläufig, würde ich nach jetzigem Stand, wir wissen nicht, was jetzt noch Anfang der Woche möglicherweise passiert, würde ich hier momentan noch keinen Short eingehen. Wir warten hier wirklich, bis das Golden Pocket erreicht ist, beziehungsweise das 0,5er und versuchen dann hier möglicherweise eine Long-Position aufzubauen. Gehen wir rüber zum DAX. Auch hier verwunderlich. Wir haben ja hier unten unsere Long-Position laufen. Dritter Take-Profit übrigens jetzt genommen. Letzte Woche war hier nichts wirklich zu sagen. Diese Woche ziehen wir endlich mal ein bisschen mit mit den US-amerikanischen Börsen. Deswegen fangen wir jetzt hier mal an, das Fit-Level zu ziehen, von unserem High zu unserem Tief. Sehen wir, okay, wir sind übers Golden Pocket sogar geschlossen am Freitag. Also sehr, sehr bullisch alles. Auch hier würde ich derzeit noch ein bisschen von einem Short abraten. Wir haben hier oben noch einen Gap, was sich der Markt noch bei ungefähr 16.200 Punkten holen könnte. Da können wir mal überlegen. Befindet sich nämlich auch das 0,786er. Hier gegebenenfalls dann möglicherweise einen Short aufzumachen mit zwei Positionen über dem High hier oben. Das heißt so ungefähr dann das Risk bei 1,7 bis 2 Prozent. Das sind momentan die Überlegungen. Aber ansonsten nehmt den Trend mit, nehmt die Profite. Dritter Take-Profit ist genommen. Wir sind am Golden Pocket. Wir sind über dem Golden Pocket. Nächstes Ziel ist jetzt auch hier. Sollten die amerikanischen Börsen konsolidieren, weiterhin bullish sein. Auf jeden Fall dieses Gap hier oben bei 16.250 Punkten. Auf das wir eigentlich jetzt auch schon, muss man mal ganz kurz gucken, seit 1. August 23 warten. Also seit drei Monaten hier warten wir darauf, dass dieses Gap hier früher oder später mal gefüllt wird. Ja, gehen wir rüber zu Gold. Wie sieht es dort aus? Hier muss ich leider sagen, Einstieg verpasst. Ich habe hier damit gerechnet, dass wir hier nochmal Richtung 1.911 gehen. Wir sind in diese grüne Box gekommen, wo ich, wer das Video letzte Woche geguckt hat, kann sich daran erinnern. Ich habe hier ein bisschen, ja, mit mir selbst gezweifelt, sollten wir hier eventuell schon verdoppeln oder doch hier. Ich habe mich dann dafür entschieden. War auch falsch. Also ihr seht, die ganze letzte Woche war kompletter Reinfall bei mir. Also war absolut beschissen eine Woche, muss ich ehrlicherweise sagen, was die ganzen Trades angelangt und etc. pp. Aber gut, was wird man machen an sich? Der Move kam jetzt erst einmal. Jetzt gilt es hier erstmal abwarten. Long Position läuft natürlich noch. Die wurde ja schon einmal verdoppelt. Und jetzt warten wir erstmal ab, wie sich der Markt hier noch ein bisschen, ja, weiterhin fortsetzt. Im Nahen Osten scheint sich ein bisschen zu beruhigen trotzdem. Ich traue der ganzen Sache noch nicht. Ein tieferes Hoch jetzt hier. Und das müssen wir jetzt auch ganz kurz mal nachprüfen. Wir hatten unser Hoch bei 2009 Punkten bzw. 2009 US-Dollar. Sehen wir auch, wir befinden uns direkt hier am Golden Poker. Also das heißt, das Ganze hier könnte nur ein Fake-Move gewesen sein mit einem tieferen Hoch, dass wir wirklich nochmal dann hier runterkommen. Und es wäre jetzt auch die Alternative, dass wir hier nochmal abverkauft werden und dann möglicherweise erst zwischen 1920 und 1911 dann runtergehen. Also das sind die Alternativen. Schauen wir mal, was diese Woche kommt. Würde ich auch ehrlich gesagt derzeit in keine Trades reingehen. Ein Risiko ist einfach meiner Meinung nach viel, viel zu hoch und wir haben eine Position offen. Das heißt, wir haben hier überhaupt keinen Stress, hier noch irgendwie was, ja, machen zu müssen. So, dann kommen wir rüber schon zum Schluss zum Bitcoin. Wie sieht es dort aus? 36.600 US-Dollar. Also auch hier wenig Veränderung diese Woche. Wir hatten ehrlich gesagt sogar eine schwierigere Woche. Wir hatten immer wieder Fake-Outs hier über unser Rising-Redge. Rising-Redge, wenn ich es euch mal hier ganz kurz zeigen darf, für alle, die immer nur den Marktausbild gucken, das ist unser Rising-Redge, überproportional sehr, sehr groß, was sich gebildet hat seit Juni 2022, also hier seit eineinhalb Jahren. Immer wieder hier diese Moves nach oben konnten uns erst drüber halten, dann wieder doch nicht. Also es ist hier momentan so zwischen Messer, Schneide. Wir haben kein tieferes Tief gesehen. Das heißt, wir sind technisch gesehen weiterhin in einem Abtrend. Grundsätzlich sind Kurse zwischen 40.000 und 48.000 weiterhin absolut möglich in den nächsten Tagen und Wochen, je nachdem, wie die Märkte reagieren. Ich rechne aber damit, ganz ehrlich, dass diese Rally möglicherweise jetzt so langsam aber ihr Ende findet. Vier Stunden Time-Frame sieht zwar alles noch relativ human aus, auch hier sind wir uns weiterhin einig. Wir sind in einem Aufwärtstrend. Also auch hier momentan noch kein Short, ganz ehrlich. Wichtig ist, wir müssen hier mal über die Marke von 37.350 US-Dollar kommen. Schaffen wir es uns mal hier drüber zu halten, vielleicht sogar mit einem Daily Close, dann sind hier wirklich wieder Kurse zwischen 40.000 und 48.000 US-Dollar drin. Denn ansonsten würde ich hier einfach momentan ein bisschen die Finger stillhalten. Wir sehen hier die Akkumulation übers Wochenende in einem Ascending Triangle oder je nachdem, wie ihr es nennen möchtet. Es sieht eigentlich relativ gut aus, dass wir hier zumindest kurzfristig nochmal einen Pump sehen könnten. Dieser könnte uns dann Richtung 37.000 bis ungefähr 37.350, was für eine Überraschung, das Thema hatten wir gerade, Richtung da reinführen. Und dann schauen wir einfach mal, wie die Reaktion hier oben ist. Jetzt gerne mal eure Kommentare unten reinschreiben. Was haltet ihr von dieser Woche? Denkt ihr, wir gehen komplett wieder to the Moon? Oder sagt ihr, ey, jetzt ist doch endlich meine Korrektur fällig. Schreibt es gerne mal in die Kommentare rein. Ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, außer euch einen schönen Sonntag zu wünschen. Like da lassen, Abo da lassen. Und ja, wir hören uns dann morgen früh zum nächsten Crypto-Update-Video wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.